Moin, ich bin Christian von Hubertus Fieldsports. Ich habe heute Toni dabei mit tatkräftiger Unterstützung, weil wir euch die Mikro-Kinderjagd Hose Janus zeigen wollen. Eine gefütterte, warme Winterhose, die ihr hervorragend bei kalten und richtig kühlen Temperaturen im Winter beim Ansitz oder bei der Drückjagd tragen könnt. Die Hose ist dick gefüttert, hat eine Miporex-Membran und macht die Hose damit wind- und wasserdicht. Die Oberfläche ist auch recht robust und strapazierfähig, sodass ihr mit der Hose auch mal durchgehen könnt oder könnt euch während der Jagd damit bewegen. Sie ist zusätzlich atmungsaktiv, sodass, wenn ihr euch anstrengt, eben auch nicht gleich ins Schwitzen kommt. Die Hose hat einen extrem hohen Tragekomfort, der sich zum einen durch die weiche Innenhose auszeichnet und durch einen elastischen Hosenbund mit breiten Gürtelschlaufen. Der Rückenbereich, der Nierenbereich der Hose ist etwas hochgezogen. Sie hat zwei Vordertaschen und eine Gesäßtasche, die mit Reißverschluss verschlossen werden kann. Und auf dem Bein ist eine Beintasche aufgenäht worden, die mit Patte und Drückknöpfen verschlossen werden kann. Und die beiden Einschubtaschen und die Patten sind paspelliert. Toni ist 1,53 groß und die Hosen fallen in den Kindergrößen ganz normal aus. Toni trägt jetzt eine 152 und ihr müsst die Hose, wenn ihr sie bestellt, nicht größer oder kleiner bestellen. 2,53 groß und die Hose, wenn ihr sie bestellt, nicht größer oder kleiner bestellen. 3,53 groß und die Hose, wenn ihr sie bestellt, nicht größer oder kleiner bestellen. 3,53 groß und die Hose, wenn ihr sie bestellt, nicht größer oder kleiner bestellen.